Hallo und herzlich willkommen zurück bei Front Mission. Wir sollen den Sakata-Chef hier beschützen. Und die Terroristengruppe Seele von Human möchte und macht uns das doch ein bisschen schwieriger als gedacht. Äh, wie machen wir das jetzt hier? Hätte ich doch etwas mehr nach vorne schicken sollen. Na, mal gucken, wie sich das entwickelt. Ziel? Na komm, hau ihn weg. Ach, komm schon. Den hättest du doch wegbekommen können. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Was bist du? Du bist auch ein Missler. Angriff. Das Ding ist erstmal weg. Tschüss. So, kann Reut sich gut bewegen. Ach, es geht. Ich schicke ihn mal dorthin. Ah, diese Bäume hier. Es müssen extrem große Bäume sein, wenn die so groß sind wie ein Mech. Wenn ich nicht über die rüber stolpern kann. Nicht einfach, nicht einfach, nicht einfach. Wie reagieren jetzt die Gegner? Gens kommt an mir nicht vorbei. Die sind zu weit weg. Na komm. Ich will den gern loswerden. Weg. Der scheint mir Probleme zu machen. Bäume, Bäume, Bäume. All right, kann ich jetzt dafür verwenden, um den da loszuwerden. Für uns rum was erstmal mit No-Duel. Super, Wechsel, No-Duel. Perfekt. Und tschüss. Der Vorteil ist und bleibt, die Gegner sind alle zu weit hinten. Nur die vorderen machen mir da irgendwie Probleme. Gens. Dreck. Wir sind gescheitert. Es ist wohl besser. Die verschwinden. Fürs Erste. Ach, das war wohl erstmal auf sich selbst bezogen. Geben wir denen ein paar Raketen ab. Das ist nur ein Attacker-Cool. 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 Kann ich den da hinten nicht mit Raketen angreifen? Ah, sieht schlecht aus. Ah, JJ kann den da angreifen, so. Das hört sich gut an. No-Duel. No-Duel. Wechsel. No-Duel. Weg. Perfekt. Der ist für mich kein Thema mehr. Item erhalten. Red Mount Buddy. Tschüss. Tschüss. Da oben ist noch einer. Der ist gut, der Attacker. Ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass der so viel aushält. So, jetzt kriege ich das doch noch gut hin. Na gut, dann könnt ihr ja doch nochmal zurückgehen. Ah, naja, du gehst hier hin. Du bist zwar ein Attacker und dich... Nee, dich... Dich packe ich mal hier hin. Und dich greife ich jetzt an. Hättest du wohl gern. Hättest du wohl gern. Perfekt. Und den machte ich mir auch Sorgen. Und weg. So. Wie geht's weiter? Ich muss sagen, der ist wirklich gut. Gut ausgewichen. Na gut, weiter geht's. Da ist einer. Machen wir noch drüber. Ihr habt gegen ONC keine Chance. Ihr konntet den einmal angreifen, aber ganz im Ernst. Es bleibt bei nur einmal. No due. Tschüss. Weg. So. Da haben wir einen Mischler. Na gut. Angriff. Perfekt. Und tschüss. Da ist der. Hier sind keine Gegner mehr. Das ist super. Hier scheint auch keiner mehr zu sein. Ich würde sagen, Mission accomplished. Na, hier sind natürlich noch ein paar Gegner, die ich noch ausradieren muss. Warum greift ihr die nur an? Was? Warum wollt ihr... Warum wollt ihr die aufhalten? Warum wollt ihr den Vorsitzenden umbringen? Tschüss. Oh Gott, ey. Ach, da unten war auch noch einer. Hm. Machen wir noch Duel. Machen wir noch Duel. Machen wir noch Duel. Hm. Ja, du kannst doch stehen bleiben. Hm. Ja, du kannst doch stehen bleiben. Perfekt. Dann machen wir die restlichen Gegner noch weg. Tschüss. Item erhalten. Und weg. Ach Gott, dammit. Ich dachte, ich hätte ihn nicht angreifen können. Ha, 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 ha. Wie kann ich den dann angreifen? Super, dass du noch da bist. Kannst dich um den kümmern. Nicht schlecht. Tag. 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 Geben wir dem noch ein paar Raketen. Bist du noch voll aufgeladen, der Kerl. Na, jetzt nicht mehr. Ach. So. Ja, komm. Ende. Nehmen wir dich jetzt ein für alle mal auseinander. Nodule. Tschüss. Das. Item halten. Heilung L. Heil 200 HP im Inventor. Und Schiss. Super, dass du ein bisschen weggegangen bist. Jetzt kann ich dich auch von hier aus angreifen. Du bist ja erledigt So Der letzte war Jetzt ist mal wieder ein Schnitt Und wir sehen uns im nächsten Part Und schauen uns mal wie sich das weiterentwickelt Bis dann